Er sprach zu Abram, »Geh vor dich hin aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dich sehen lassen werde. Ich will dich zu einem großen Stamme machen und will dich segnen und will deinen Namen groß wachsen lassen. Werde ein Segen. Segnen will ich, die dich segnen, die dich lästern, verfluche ich. Mit dir werden sich segnen alle Sippen des Bodens.« Abram ging, wie er zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Siebzig Jahre und fünf Jahre war Abram, als er aus Haran fuhr. Abram nahm Sarai, sein Weib, und Lot, seinen Brudersohn, allen Zuchtgewinn, den sie gewonnen, und die Seelen, die sie sich zu eigen gemacht hatten, in Haran. Sie fuhren aus, in das Land Kanaan zu gehen. Sie kamen in das Land Kanaan. Abram durchquerte das Land bis zum Weibplatz von Sichem, bis zur Steineiche des Rechtweisers. Der Kanaaniter war aber damals im Land. Er ließ von Abram sich sehen und sprach, »Deinem Samen gebe ich dieses Land.« Er baute dort eine Schlachtstadt ihm, der von ihm sich hatte sehen lassen. Von da rückte er vor zum Gebirge östlich von Bethel und spannte sein Zelt, Bethel im Westen und Ai im Osten. Dort baute er ihm eine Schlachtstadt und rief den Namen aus. Dann zog Abram fortgehenden Zugs nach dem Südstrich. Eine Hungersnot wacht im Lande. Abram wanderte hinab nach Ägypten, doch zu Gasten. Denn schwer war der Hunger im Land. Als er nun Ägypten nahe kam, sprach er zu Sarai, seinem Weib, »Da, ich weiß doch, dass du ein Weib schön anzusehen bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen und sprechen, sein Weib ist die, werden sie mich umbringen und dich leben lassen. Sprich doch, du seist meine Schwester, damit mir um deinet Willen Gutes geschehe, ich selber deinethalb lebe.« Als nun Abram nach Ägypten kam, sahen die Ägypter das Weib, dass es sehr schön war. Und die Hüfflinge Pharaos sahen sie und priesen sie dem Pharao. Und das Weib wurde weggenommen in Pharaos Haus. Dem Abram tat er Gutes um ihret Willen. Ihm wurden Schafe und Rinder und Eselhengste, Knechte und Mägde, Graustuten und Kamele. Er aber schädigte den Pharao mit großen Schäden und auch sein Haus wegen Sarais des Weibes Abrams. Pharao ließ Abram rufen und sprach, »Was hast du mir da getan? Warum meldetest du mir nicht, dass sie dein Weib ist? Warum sprachst du, meine Schwester ist sie?« Und so nahm ich sie mir zum Weib. »Jetzt aber, hier ist dein Weib, nimm sie und geh.« So entpot Pharao ihm Mannschaft, die geleitete ihn und sein Weib und alles, was sein war. Abram reiste von Ägypten hinauf, er und sein Weib und alles, was sein war, auch Lot mit ihm nach dem Südstrich. Schwer reich war Abram an Vieh, an Silber und an Gold. Vom Südstrich ging er seinen Zug halten bis nach Bethel, bis an den Ort, wo sein Zelt zu Beginn gewesen war, zwischen Bethel und Ai, an den Ort der Schlachtstadt, die er dort früher gemacht hatte. Dort rief Abram den Namen aus. Auch Lot, der mit Abram gegangen war, hatte Schafe und Rinder und Zelte, und nicht trug sie das Land beisammen zu siedeln, denn ihres Zuchtgewinns war viel, beisammen konnten sie nicht siedeln. Streit war zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Der Kanaaniter aber saß und der Prisiter damals im Land. Abram sprach zu Lot, Nicht sei doch Streitigkeit zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind ja verbrüderte Männer. Alles Land liegt es nicht vor dir? Trenne dich doch von mir ab. Ist zur Linken will ich zur Rechten, ist zur Rechten will ich zur Linken. Lot hob seine Augen und sah allen Gau des Jordan. Dies alles war ja eine Aue, ehe er Sodom und Gomorra verdarb, wie sein Garten, wie das Land Ägypten, bis wo du nach Zuar kommst. Lot wählte sich allen Gau des Jordan. Lot zog nach Osten hin und sie trennten sich voneinander. Im Lande Kanaan siedelte Abram, in den Städten des Gaus siedelte Lot und zeltete bis nach Sodom. Die Männer von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor ihm. Er sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Hebe doch deine Augen und sieh von dem Ort, wo du bist, nordwärts, südwärts, ostwärts, westwärts. Denn alles Land, das du siehst, dir gebe ich es und deinem Samen auf Feldzeit. Ich will deinen Samen machen wie den Staub der Erde. Das vermöchte jemand, den Staub der Erde zu zählen, auch dein Same würde gezählt. Auf, ergeh dich im Land, die Länge und Breite, denn ich gebe es dir. Abram zeltete und kam und setzte sich an den Steineichen des Mamre, die bei Hebron sind. Dort baute er ihm eine Schlachtstadt. Es geschah in den Tagen Amraphels, Königs von Schinear, Arjochs, Königs von Elazar, Ktoalaomers, König von Elam und Tidals, Königs von Guim. Die machten Krieg mit Barra, König von Sodom, Birscha, König von Gomorra, Shinab, König von Adma, Shemeber, König von Spujim und dem König von Bala, das ist Zoar. Im Tale Sidim, das ist nun das Salzmeer, verwandten sich diese alle. Zwölf Jahre waren sie Ktoalaomäer dienstbar gewesen und im 13. Jahr hatten sie sich empört. Im 14. Jahr aber kamen Ktoalaomäer und die Könige, die mit ihm waren. Sie schlugen die Rephaer in Astrod, Karnaim, die Susa in Ham, die Ema in der Ebene von Kiriataim und den Choriter in ihrem Gebirge Seir bis El Paran, das an der Wüste ist. Sie kehrten um und kamen nach Rechtsspruchquell, das ist Kadesh, und schlugen alles Gefillte des Amalekitas und den Amoriter auch, der in Chazazon-Tamar saß. Aus fuhr der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adma, der König von Spujim und der König von Bala, das ist Suar. Sie rüsteten Kriegsmacht gegen sie im Tale Sidim, gegen Thor-Laomäer, König von Elam, Tidal, König von Guim, Amraphel, König von Schinear und Arjoch, König von Elazar. Vier Könige, das gegen jene fünf. Das Tal Sidim aber ist Erdpech, Grube an Grube. Als nun der König von Sodom und der von Gomorra flohen, warfen sie sich hinein, die übrigen flohen, ins Gebirge. Jene aber nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und all ihren Essvorrat und gingen davon. Auch Lot nahmen sie mitsamt seiner Habe den Brudersohn Abrams und gingen davon. Der war ja in Sodom ansässig. Ein Entronnener kam, und meldete es Abram dem Hebräer, der wohnte an den Steineichen Mamres des Amoritas, des Bruders von Eschkol und Bruders von Aner. Die waren Abrams Bundesmeister. Als Abram hörte, dass sein Bruder gefangen war, schüttete er seine Eingeweihten, seine Hausgeborenen aus, 318, und folgte bis dann. Er teilte sich wieder sie in der Nacht, er und seine Dienstleute, er schlug sie und verfolgte sie bis Chobah, das links von Damaskus ist. Er brachte alle Habe zurück und auch Lot seinen Bruder, und dessen Habe brachte er zurück, und die Weiber auch, und das Volk. Der König von Sodom fuhr aus ihm entgegen, nachdem er zurückkehrte vom Schlag gegen Tor Laomer und gegen die Könige, die mit ihm waren, im Tale Chabweh, und das ist das Königsteil. Malchizedek, Malchizedek, aber der König von Salem, führte heran Brot und Wein, Priester war der dem Hohen Gott, und segnete ihn, und sprach, Gesegnet Abraham, dem Hohen Gott, Stifter von Himmel und Erde, und gesegnet der Hohe Gott, der deine Dränger in deine Hand geliefert hat. Er aber gab ihm den Zehnten von allem. Der König von Sodom sprach zu Abraham, Gib mir das Menschenwesen, die Habe, nimm dir. Abraham sprach zum König von Sodom, Ich hebe meine Hand zu ihm, dem Hohen Gott, dem Stifter von Himmel und Erde, wenn von Faden bis Schuh riemen, wenn ich nehme aus allem, was dein ist. Dass du nicht sprechest, ich habe Abraham reich gemacht, ohne mich. Nur was die Knappen verzehrten und den Anteil der Männer, die mit mir gegangen sind, Aner, Eschkol und Mamre, die, lass ihren Anteil nehmen. Nach diesem Beredeten wacht seine Rede an Abraham in der Schau ein Sprechen. Fürchte dich nimmer, Abraham, ich bin dir Schild. Deines Lohns ist sehr viel. Abraham sprach, Mein Herr, du, was magst du mir geben? Ich gehe ja Kinder bloß dahin, und Wirtschaftssohn meinem Haus ist der damaskische Eliezer. Abraham sprach, Da, mir hast Samen, du, nicht gegeben, da muss mein Haussohn denn mein Erbe sein. Da aber, seine Rede an ihn, ein Sprechen, nicht wird dich dieser beerben, sondern der von deinem Leibe ausfährt, der wird dich beerben. Er führte ihn hinaus ins Freie und sprach, Blicke doch Himmel an und zähle die Sterne, kannst du sie wohl zählen? und sprach zu ihm, So wird dein Same sein. Er aber vertraute ihm, das achtete er ihm als Bewährung. Er sprach zu ihm, Ich bin's, der ich dich aus Ur in Kalea führte, dir dieses Land zu geben, es zu ererben. Er aber sprach, Mein Herr, du, woran mag ich erkennen, dass ich's ererben soll? Er aber sprach zu ihm, Hole mir eine drittbürtige Ferse, eine drittbürtige Ziege, einen drittbürtigen Widder, eine Turtel und eine Nestlingstaube. Er holte ihm alle diese. Er hälftete sie mittendurch und legte jede Hälfte der Zugehörigen gegenüber. Das Geflügel aber hälftete er nicht. Das Geiervolk stieß auf die Ase nieder, Abram hieß sie von dannen kehren. Als nun die Sonne im Eingehen war, fiel auf Abram Betäubung, eine Angst und große Verfinsterung fällt da auf ihn. Er sprach zu Abram, Erkennen sollst du, erkennen, dass Gastsasse dein Same sein wird in einem Land, nicht dem ihren. Dienstbar machen wird man sie und sie drücken ins vierhundertste Jahr. Aber auch der Stamm, dem sie dienstbar sind, ich urteile ihn ab. Danach werden sie ausfahren mit großer Habe. Du, zu deinen Vätern, sollst du eingehen in Frieden und begraben werden in gutem Greisentum. Aber im vierten Geschlecht kehren sie hierher, denn noch nicht voll ist die Verfehlung des Amoritas bisher. Die Sonne war eingegangen, Nachtschwärze war, da rauchender Ofen, Feuerfackel, das zog zwischen diesen Stücken quer durch. An jenem Tag schloss er mit Abraham einen Bund, sprechend, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Strom Euphrat, den Kenita, den Knisita, den Katmonita, den Chetita, den Prisita, den Refaya, den Amorita, den Kanaanita, den Girgashita, den Jebusita. Sarai, Abrams Weib, hatte ihm nicht geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, ihr Name war Haggah. Sarai sprach zu Abraham, da er mich doch versperrte fürs Gebären, geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht, dass ich aus ihr bekindet werde. Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Sarai, Abrams Weib, nahm Haggah, die Ägypterin, ihre Magd, nach Ablauf von zehn Jahren, die Abraham im Lande Kana ansiedelte und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zum Weib. Er ging ein zu Haggah und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Sarai sprach zu Abraham, über dich meine Unbill, selber gab ich meine Magd in deinen Schoß. Nun, sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich in ihren Augen gering geworden, richte er zwischen mir und dir. Abraham sprach zu Sarai, da deine Magd ist in deiner Hand, tu mit ihr, was deinen Augen guttünkt. Sarai drückte sie, sie aber entfloh ihr. Sein Bote fand sie am Wasserquell in der Wüste, am Quell auf dem Weg nach Schur. Er sprach, Hagar, Sarais Magd, woher bist du gekommen, wo ziehst du hin? Sie sprach, vor meiner Herrin Sarai bin ich flüchtig. Sein Bote sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin und drücke dich unter ihre Hände. Sein Bote sprach zu ihr, mehren will ich, mehren deinen Samen, er werde nicht gezählt vor Menge. Sein Bote sprach zu ihr, da schwanger bist du, gebären wirst du einen Sohn. Seinen Namen rufe, Jishmael, Gott erhört. Denn erhört hat er deinen Druck. Ein Wildeselmensch wird er, seine Hand wieder alle, aller Hand wieder ihn. All seinen Brüdern ins Gesicht macht er Wohnung. Sie aber rief seinen Namen des zu ihr Redenden, Du, Gott der Sicht. Denn sie sprach, sah auch wirklich ich hier dem Mich-Sehenden nach. Darum rief man den Brunnen, Brunnen des Lebenden, Mich-Sehenden. Da ist er, zwischen Kadesh und Barrett. Hagar gebar dem Abraham einen Sohn. Abraham rief den Namen seines Sohnes, den Hagar gebar, Jishmael. Abraham war 86 Jahre, als Hagar, Abraham, den Jishmael, gebar. Thank you. Atmertime wam